Superstar Neymar von Paris Saint-Germain strebt angeblich eine Rückkehr zum FC Barcelona an. Das berichtet die Mundo Deportivo. Demnach hat Neymar einen Verantwortlichen der Katalanen unter Tränen darum gebeten, zu seinem Ex-Klub zurückkehren zu dürfen, erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Der brasilianische Nationalspieler bereue den Wechsel nach Frankreich inzwischen zutiefst, heißt es in dem Bericht weiter. Auch die internen Machtkämpfe mit Sturmpartner Edison Cavani sowie die teilweise robuste Spielweise in der Liga einer sollen Neymar stören. PSG Barcelona möchte Neymar nicht zurückholen wie die Mundo Deportivo allerdings schreibt, sei eine Rückholaktion für Barca keine Option. Der Meister hatte infolge des Neymar-Abgangs mit Ausmane Dembele und Philipp Coutinho zwei hochkarätige Flügelspieler verpflichtet. Neymar war im Sommer 2017 für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG gewechselt. In der laufenden Saison erzielte der 26-Jährige in vier Ligaspielen vier Treffer. Mehr zu Neymar, PSG und dem FC Barcelona. Mehr zu Neymar, PSG und dem FC Barcelona.